Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration und herzlich Willkommen zu einem ganz besonderen Video. Heute gibt es nämlich das 450.000 Abo Spezial für euch und noch eine weitere Besonderheit heute, ich bin heute allein vor der Kamera. Bianca ist leider die Woche nicht da, deswegen gibt es die nächsten Tage Videos mit mir oder vielleicht auch ein bisschen mit Danja und mit Kahn. Also lasst euch da auf jeden Fall überraschen, was so die nächsten Tage für Videos kommen. Aber heute gibt es erstmal das Special und natürlich auch ein riesen, riesen, riesengroßes Dankeschön an euch alle da draußen. Wir haben uns wirklich Anfang der Woche super gefreut und Anfang des Monats am 12. hatte der Kanal ja auch Geburtstag. Sechs Jahre gibt's Do-It-Yourself-Inspiration schon eine lange Zeit. Viele, viele Videos, viele schöne Erinnerungen, viele ganz großartige Momente, für die wir einfach Danke sagen wollen an dieser Stelle. Und so ein paar kleine Highlights gibt's jetzt natürlich noch für euch. So einen kleinen Rückblick und danach habe ich noch eine ganz besondere Überraschung, natürlich auch für euch. Da stand jemand, ich bin ein Fischotter oder ich habe ein Fischotter. Hallo. Habt ihr Fidget-Spinner stand da? Da haben wir noch runter. Mann, ey. Oh, das ist eklig. Sechs, ich habe von dem Robi-Boys. Ich habe auch Käse rausgeschmeckt, ich sage aber Käse-Tortillas. Und es sind Käse-Pommes. What? Käse-Pommes? Und wir alle hier zusammen aufgeschrieben und hingelegt und da werden wir gleich jeweils entziehen. Und herzlich willkommen zu einem Top 5 Ideen für die Schule-Video. Wir haben heute wieder ein 5-Ideen-Video für euch. Und am besten für die beste Freundin, also alles kleine Geschenk-Ideen. Und ganz viele Herzchen sind dabei. So, wir sind die ersten Runden gefahren. Boah, das ist total anstrengend, aber macht so viel Spaß. Und wir machen heute die Challenge zu dritt. Bianca ist jetzt ja auch mit auf unserem Kanal. Eine sehr schöne Überraschung. Oh, das freut mich. Ich freue mich. Und ich freue mich auch schon auf viele weitere Fotos, die wir zusammen machen. Wie alt seid ihr? Die nehmen wir direkt. Also ich bin 18. Oh, ich lebe, der geht gar nicht in die Wand. Na, wir haben uns gegenseitig Outfits gemalt, nachdem wir shoppen mussten. Genau, für den Frühling. Aber ich finde, das passt trotzdem mit den Nadeln so schön dazu. Und jetzt habe ich es vorhin. Mein Bein noch nicht, Orsch. Seine Geburt. Ich habe mir eine gebastelt. Ah, okay, das hält. Versuchen. Tacker ich jetzt auch nochmal fest. Klar, nimm. Nimm. Warte, ich bin ein Tacker Dieb. Ich mache meins auch nochmal auf. Ich hoffe. Genau. Wow, richtig schön. Uh, cool. Ja, wie cool. Ah, du bist dein Schatz. Leute, egal. I'm a monster. Monster. Ich habe eine Ananas auf. Nee, das war eine blau. Ich habe eine Ananas auf dem Kopf. Ich will eine Pizza herbei. I'm a Barbie girl. In the Barbie world. I'm plastic. It's fantastic. So, und hier kommt jetzt nach dem kleinen Rückblick auch die Überraschung für euch. Es gibt nämlich diesmal ein Überraschungspaket für euch. Ähm, das kann eine glückliche Person von euch gewinnen. Ähm, das Ganze läuft ab sofort auf Instagram. Hier auf YouTube ist es leider immer so ein bisschen schwierig mit der Kommunikation. Man kann keine privaten Nachrichten schreiben. Ähm, deswegen wird es auf Instagram verlost. Ähm, da haben wir auch eine Kleinigkeit zu feiern. Da sind es inzwischen über, äh, 40.000, ähm, Abonnenten. Und, ähm, ja, wir haben so ein paar Kleinigkeiten zusammengepackt, hübsch eingepackt, wie, äh, Bianca und ich das ja auch häufig so füreinander machen, was vielen von euch ja auch immer super gut gefällt. Und, ja, diesmal werdet ihr überrascht. Hier sind ein paar Kleinigkeiten. Es gibt auf jeden Fall dieses wundervolle Einhorn von der Pause-Challenge dazu. Als Überraschung, äh, von mir persönlich noch. Und, ja, hübsch eingepackt ist es schon. Ähm, es kommen vielleicht noch so die ein oder anderen Kleinigkeiten dazu. Wenn ihr noch besondere Ideen habt, was auf jeden Fall mit ins Paket rein soll, schreibt es gerne in die Kommentare. Und natürlich bei Instagram mitmachen. Da steht auch nochmal, wie das Ganze funktioniert. Aber grundsätzlich super einfach. Ihr braucht einfach nur einen Kommentar darunter schreiben. Und schon seid ihr im Lostopf mit drin bei Instagram. Und, ja, ich drücke euch allen auf jeden Fall ganz, ganz fest die Daumen. Ich sag nochmal, vielen, vielen Dank für die ganzen Abos, für die schönen Erinnerungen, für die ganzen tollen Momente. Ja, abonnieren, wenn ihr es natürlich noch nicht getan habt. Inzwischen sind es natürlich auch schon wieder mehr als 450.000 Abonnenten. Ähm, einfach wow. Also, vielen, vielen Dank. Abonnieren, kleine Glocke aktivieren, bei Instagram mitmachen. Und wir sehen uns dann morgen zum nächsten Video wieder. Tschüss!